Heute ist ja angekommen unser Fugentorpedo Fugenreinigungssystem Profi Set 13 teile ich. Damit können wir Fugen, zementäre Fugen, aber auch Silikonfugen super reinigen. Wir selber nutzen das in unserer Firma sehr oft für unsere Kunden und ja dieser Koffer hat es in sich, weil es hier noch ein paar Neuigkeiten gibt. Gucken wir erstmal hier, was ist denn alles drin in unserem Koffer? Wir haben einmal den Handgriff, unser zentrales Element und dann zwei kleine Schleifhandstege, um an Ecken und Kanten ranzukommen, um noch besser da die Reinigung zu machen. Also super, das hat mich immer gefehlt. Wir haben einen Fugenschutzstift zur Imprägnierung der zementären Fugen, nachdem wir sie gereinigt haben und dann haben wir die Schleifstege 2 x 2 mm, 2 x 3 mm, 2 x 5,5 mm und für die zementären Fugen eine Bürste und sogar neu auch etwas weicher für Silikon eine Bürste für Silikonfugen. Dann gucken wir uns das mal an. Ist ja nicht schön geworden. Wir haben hier unseren Handgriff, wo wir hier die Schleifstege nachher montieren, um dann hier in der Fuge zu reinigen. Klappt super. Wenn ihr sehen wollt, wie das funktioniert, guckt euch die weiteren Videos an. Ich werde die mal in der Beschreibung verlinken. Dann seht ihr, wie super das funktioniert. Wir haben hier die Schleifstege in unterschiedlichen Breiten. 2 mm, 3 mm und 5,5 mm. Hier haben wir die süßen kleinen Handschleifstege. Da kommen wir gut in die Ecken rein und an den Armaturen können wir damit sehr gut die Fugen reinigen. Wir haben hier unsere Bürsten für die zementären Fugen, ziemlich hart und neu dabei auch eine Bürste für Silikonfugen. Wir sind etwas weicher, sodass wir auch die Silikonfugen super reinigen können. Wenn wir komplett gereinigt haben, haben wir hier noch unseren Fugenschutzstift, eine Imprägnierung, sodass eine schnelle Anhaftung von Verschmutzung nicht mehr passiert. Super. Mir gefällt der Koffer sehr gut und meine Kollegen werden den jetzt immer mit dabei haben. Verschmutzung